Es ist Montag, 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Anna fetzt mit ihrem Rolli durch die Wohnung, als ob der Teufel hinter ihr her war. Von einem Zimmer ins andere. Plötzlich springt der Stefan vor und hält sie auf und sagt Stopp! Ausweiskontrolle! Und sie rannt in ihrer Hosentasche rum und holt und gibt sie wieder zurück, sie dürfen weiterfahren. Sie fetzt aus dem Zimmer raus, über den Gang drüber und ins nächste Zimmer rein. Und da steht der Michi. Der bleibt wieder schön und sagt Stopp! Ausweiskontrolle! Wagenpapiere bitte! Und sie kramt wieder in ihre Tasche und holt ein anderes Papierl raus. Sie gibt sie mehr, schaut sich das genau an und sagt Alles klar, sie dürfen weiterfahren. Und sie wieder fetzt raus aus dem Zimmer, runter den Gang und ins nächste Zimmer rein. Und da steht der Josef. Und was macht der? Er hat eine riesen Beule in der Hose. Sagt Stopp! Und die Anna schaut ihn an und sagt Nein, nicht schon wieder Alkohotest. Der Montagswitz. Das war der Montagswitz für die Woche. Ich bedanke mich bei Alex Peter für diesen Witz. Wenn euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr nächste Woche wieder dabei sein wollt beim Montagswitz, lasst mir bitte ein Abo da. Erzählt ihn weiter. Habt Spaß damit. Und habt eine schöne Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao. Bye-bye. 3 4 5 6 6 6 10